hallo und herzlich willkommen zurück ich bin ich AG747 und willkommen auf meinem kanal kanasta.de ja ich spiele star citizen und zwar basic flight training dieses part 3 und es handelt jetzt gleich auf jeden fall um die basic des kampfes ja wie alle sehen bin ich schon wieder in einem neuen hangar gestartet in diesem video ich finde diese option einfach dass man das machen kann immer ganz lustig also muss ich mich momentan überhaupt nicht immer nur auf einen grundgerüst loslegen wo ich starte sondern kann das einfach mal frei frei nach meinem mundwerk einfach so machen wie ich das möchte ja in diesem kampfmodus geht es jetzt einfach darum hier die basic des kampfes wieder kennen zu lernen wie man das ganze macht und wie man damit umgehen soll ich spiele das ganze wie auch in den vorherigen videos komplett wieder mit dem hooter system bis auf jetzt hier im hangar da laufe ich natürlich nicht mit dem hooter system sondern mit maus und das natur das andere ist glaube ich weiß gar nicht ob ich noch nie ausprobiert und ich machbar vielleicht zu umständlich keine ahnung bin ich zu faul für um das überhaupt auszuprobieren wie üblich ich hasse das menü ich nutze also unseren pot mit dem pot wie alle ja soweit kennen können wir nachher zwischen einigen modulen her wechseln hier in diesem fall zum arena commander und später auch wie sie angeblich schon den star marine sobald dieser verfügbar ist aber ich will mich jetzt weil ich möchte die basic flight training machen den arena commander ein jetzt hier auch dementsprechend schon sofort im basic flight training aus in den ersten zwei videos habe ich ja auch schon gemacht so weit den take off und auch die basic manövers wie ich mir gedacht habe ist das nur ein super kurzes video gewesen da die eigentlichen manöver ja grundmanöver da ganz kurz angelernt wurden welches sich eigentlich auch nur daraus hielt dass ich mich an meinen vordermann in die automatische geschwindigkeit anpassen also dass ich muss in dem ziel einloggen als ziel und dementsprechend danach hat mein computer ist ihm an der geschwindigkeit immer komplett gefolgt lediglich lenken musste ich selber ja jetzt geht es weiter mit den nach dem basic manövers geht es jetzt weiter mit dem basic combat und hier geht es ab in die nächste runde schauen was wir da somit kriegen während uns jetzt der allbekannte ladebildschirm wieder da ist muss ich mal für alle die jetzt vielleicht hier erstmal reingeguckt haben als erstes ein video sagen unser fluglehrer der zählt gleich eine ganze menge deswegen bin ich wahrscheinlich während des eigentlichen training sehr sehr ruhig das liegt einfach daran damit ihr natürlich auch mitbekommen was er dazu sagen hat was das ist wie viel das ist keine ahnung muss ich mal passen aber das wird sich dann zeigen denn so langsam klappt das hier auch so ein bisschen mit den aufnahmen dass die eher so durchlaufen und ich tatsächlich mich auch selber nicht mehr spoiler indem ich irgendwie 40 50 aufnahmen ausprobiere die irgendwie nicht klappen sondern es funktioniert doch schon ganz angenehm und echt gut nun wollen wir aber machen so wunderbar er hat sofort schon umgestellt dass ich das gut das system wieder nutze nicht maus und tastatur und dementsprechend kann ich mich jetzt auch zum gest geben mit meiner maus und meiner tastatur wir wollen ihn in unseren radar als nächstes ziel einfach mal eben ein long überknopf sehen das ist dieser so ich werde euch das ganze hier nicht vorlesen ich lasse euch den texten stehen dass ihr den selber lesen könnt soweit mein englisch ist nämlich nur begrenzt als dass ich jetzt hier auch noch als perfekter übersetzer hingehen könnte ich weiß im grunde was ich machen soll und das mache ich dann auch einmal soweit ich kann nochmal ganz kurz zeigen man sieht jetzt übrigens über den schubregler dass ich hier auf 100 prozent energie gehen kann aber wir uns überhaupt nicht mehr fortbewegen da merkt man also hier ist sofort schon dieser eingriff in das spiel soweit ob wir uns bewegen können oder nicht hier kommt unser reminder der uns schon wieder sagt wir sollen noch mal feuern und antworten lassen wir machen hier nicht hier nicht Also hier nochmal kurz Erklärung dazu über das Waffensystem, dass uns der Rechner ja auch entsprechend der Punkt des Auftreffens rechnet und dadurch haben wir immer diese kleinen grünen Vierecke, Dreiecke, ich habe jetzt nicht hundertprozentig darauf geachtet, die halt über die Kette nachgezogen werden, die uns genau zeigen, wann wir in der richtigen Schussposition sind, um mit den entsprechenden Waffen der erste oder zweite auch treffen zu können. Jetzt geht es hier aber für uns einmal weiter. Ich versuche mich da mal einfach fleißig hinten dran zu hängen. Also man sieht jetzt die beiden Vierecke, die sich da hinten immer anschleichen. Wenn ich die dann doch über das Ziel kriege, dann treffe ich sogar auch mal zufällig. Das ist gar nicht so einfach für mich mehr. Der arme Kerl hier, der am Spielen ist, kommt so langsam in die Jahre. Und da ist das gar nicht mehr so einfach, so zu zielen wie früher. Was ich eben noch bei den Basic Manövers gelernt habe, dass ich halt die Geschwindigkeit an das Ziel anpassen kann, die funktioniert hier überhaupt nicht. Obwohl, jetzt doch. So, also Schilder jetzt von ihnen sind runter, für die, die es verstanden haben, soweit. Und nun sollen wir ihn auch tatsächlich mal mit den Radketen abschießen. Okay, da geht es dann jetzt weiter. Also wir haben hier die Möglichkeit zu locken. Mit einem kurzen Druck hat man die Möglichkeit hier, wie man kurz sieht, unterschiedliche Anzahl an Raketen tatsächlich gegen ihn einzuloggen. Und dann mit einem Langhalten werden diese abgeschossen. So, wo ist er hin? Irgendwo hier muss er sein. Ach, da hinten. Wieso ist er denn nicht mehr? Ach ja. Und hier seht ihr schon das erste, was ich wahrscheinlich aufgrund der Windows 10 Version habe. Ich weiß es nicht, ob andere das auch haben, das Problem. Das ich meine hat nämlich nach und nach verabschiedet vom System. Meine primären und sekundären Waffen sind übrigens soweit deaktiviert. Ich komme also hier überhaupt, kann ich also nicht anders schießen momentan. Ich schieße mir den mal drei hinterher. Für mich ist tatsächlich jetzt eher ein ganzes hier so ein richtig schicker Blindflug. Ich versuche den einfach mal zu jagen und zu kriegen. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt jemals die Chance haben, ihn mit den Raketen hier zu treffen. Er ist sich natürlich fleißig am Wehren. Ist ja auch richtig so. Es soll ja eigentlich nur ein Übungsziel sein, aber es ist gar nicht mal so einfach, den zu kriegen. Meine Güte. Ich bin froh, dass mein Radar noch einigermaßen funktioniert. So habe ich zumindest irgendwie die Möglichkeit, ihn doch mal auszuspähen. Irgendwann sollte es doch irgendwann mal tatsächlich möglich sein, den zu kriegen. Ach, was ein Fluch und man kriegt ihn nicht anders. Oh, was ist er denn da hinten? Mensch, ob ich lahm den Arsch hier gerade käten, dass sie denn nicht kriegen? Ah, ich werde ruhig. Es ist doch viel anders. Es ist gar nicht mehr so einfach, die ganze Zeit zu quatschen, wenn man sich konzentrieren will. Wenn es nicht darum geht, sich gerade... Wenn es denn doch darum geht, auch genau das zu tun. Nämlich, wo ist er denn da? So, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist der Kuni-Wert? Hier, wo da unten muss der rumflattern. Ah, da sehe ich was. Interessant ist, dass er überhaupt nicht getroffen werden kann. Mensch, ob ich lahm Arsch hier gerade käten. Volltreffer. Mensch, 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 hat das gedauert. Es ist ja länger, als man gedacht hat. So, jetzt soll ich zu... Zu dem... Zu ihm zurück. So, jetzt komme ich ihm nahe. Und was kann ich machen? Ich stehe immer noch. In my review camera. Okay. Jetzt wollen wir doch mal ausprobieren. Und was sehe ich rückwärtig? Ich sehe gerade gar nichts. Oh, die sind ja vorbeigeflogen. Ja, ich kann hier nicht schießen. Ich kann hier nichts machen. Okay. hier wird nochmal kurz erklärt für uns als solches also hier haben wir zwei möglichkeiten halt um so flugabwehr also gegen raketen halt abwehr manöver zu starten kann ich mal mit dem einen knopf durchdrücken und mit dem anderen entsprechend starten sobald ich sie brauche wahrscheinlich muss ich hier ja was ist jetzt sache hier ich weiß es immer noch jetzt habe ich wahrscheinlich beschießen lassen und dann einmal auf auf hier 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 Was ist das hier? Ja, welcher ist denn Knopf 7? So ein bisschen rumspielen werde ich schon rausfinden. Okay. Also geht es jetzt darum, hier mal jemanden zu jagen. Sehr schön, wenn man das hat, überhaupt nicht richtig sieht als Ganzes. Okay. Wir schlagen uns so, wie wir schlagen können soweit. Gucken wir doch mal, was wir ausrichten können. Okay, grad Keten habe ich keine. Das ist auch irgendwie möglich hier tatsächlich. Das, was wir eigentlich machen sollen, ist ja auch für das Rotieren den Antrieb ein bisschen zu entkoppeln, aber ich muss gerade passen, welcher der richtige Knopf ist dafür. So einfach mal den hier zur Sprüche zu kriegen. Dass ich hier ein bisschen Ruhe habe. Ja. Ich glaube, ich hatte das schon mal... Nee, das ist es nicht. Entschuldigung, welcher Knopf war denn das nochmal? Was ist der Kerr da unten? Aber welcher war bitte sehr der Knopf? Und man sieht, er hat leider auch gar nichts mehr eingeblendet soweit, egal was jetzt ist. Was ist das? Kein Waffenstatus, kein gar nichts mehr. Das ist natürlich jetzt in so einer frühen Alpha-Phase nicht ganz so wild. Da kann man nicht meckern darüber, um zu sagen, oh, das Spiel ist schlecht oder so. Das ist halt einfach so. Das sind halt Bugs, die noch auftreten. Und das sind auch die Bugs, die halt alle noch irgendwann mal entfernt werden. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, mit welchem Knopf ich mein Dings denn jetzt entkoppeln kann. Hier ist es nicht. Hier habe ich noch den und den. Okay, ich habe immer meine Arcade zurück. Okay. Oh, das ist ja... keine raketen mehr gibt es doch gar nicht so was gar nicht ausgehen so wie im realen leben keine raketen mehr keine z-sensorik und dann wollen wir einmal zurück zu ihm hat ein wenig gedauert hat alles geklappt folgen ja super soweit so langsam kann ich mich ein bisschen darauf einspielen wahrscheinlich habe ich schon wieder das pech dass ich das nächste mal spiele die steuerung schon wieder gar nicht mehr hinkriegt und dann nur noch einmal rum nadeln bin aber das werde ich sehen irgendwas wird da kommen irgendwie wird es auf jeden fall weitergehen denn es gibt ja auf jeden fall mit sicherheit noch mehr als noch das jetzt wird erst mal gelandet werden aber noch mal schauen wunderbar ich weiß auf jeden fall jetzt von dem kamme training soweit also von unserem kampf training war es das soweit das nächste das kommt ist das landetraining das kommt im nächsten video und schauen wir mal was ich dann wieder so weit hinkriegt das ist bestimmt jetzt dann wieder einige zeit hin dass ich das spielen kann soweit aber es macht trotzdem spaß ja ich werde mir das reden wahrscheinlich noch ein bisschen mehr angewöhnen müssen und nicht so viel zu denken beim spielen damit ihr dann auch ein bisschen mehr von habt nun ja aber bis dahin ist noch ein bisschen und deswegen sage ich erst einmal hier auf wiedersehen ciao ich bin euer ich ag 747 und vielen dank für das schauen bei mir auf dem glanasterkanal.de channel tschüss